Und willkommen zum Test der neuen The King 2.0 von FIRE Event. Die kleinen Kinder sind da am Böllern, wir müssen natürlich ein bisschen mithalten, deswegen auch jetzt gerade der Test. The King knallt Körper mit so Cracking, so Vorbrennen. Richtig. Wir gucken her, was sie können. Ich sage, wir starten direkt mal. Jawolski. Wollen wir die letzten zwei aufschlagen? Kriegt ihn da her? Komplettier. Heiden. Jawolski. Wollen wir die letzten zwei aufschlagen? Ja, mach die aufschlagen. Guck mal, da werden die Kinder hier noch abgeworfen. Echt. Jawolski. Jawolski. Absolute Kaufpuppe irgendwie, die Teile. Besser als die normalen sie kriegen. Geil, Leute. Wie geht das mit dem Beispiel mit dem Publikum? Bis zum nächsten Mal. Wie geht es mit dem Publikum? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.